Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute habe ich mal wieder ein C-Sharp-Tutorial für euch. In der heutigen Episode geht es mal darum, wie man Zeit messen kann. Und zwar wie man die Zeit messen kann, die es benötigt hat, um eine bestimmte Operation im Code durchzuführen. Das kann man ja sehr häufig gebrauchen, gerade wenn man Optimierungsarbeiten macht, um zu gucken, ob die Optimierungsarbeiten noch wirklich etwas gebracht haben. Und ja, ich möchte dir heute einfach mal zeigen, wie das funktioniert in C-Sharp und .NET allgemein. Hier habe ich mal ein kleines Beispiel. Ich habe neulich mit Bitmaps gearbeitet und da wollte ich eine Klasse erstellen, mit welcher ich den Zugriff auf die Bitmap-Daten ein bisschen schneller gestalten kann. Denn die normale Bitmap-Klasse von .NET, die ist zwar ganz cool und damit kann man auch sehr komfortabel arbeiten, aber sie ist ziemlich langsam. Gerade die SetPixel- und GetPixel-Methoden, die sind wirklich sehr, sehr langsam. Und wenn wir über große Bilder drüber iterieren möchten und da jeden einzelnen Pixel bearbeiten wollen, dann dauert das schon wirklich ziemlich lang. Und deswegen habe ich eine Klasse geschrieben, die heißt FastBitmap, die kann ich ja mal öffnen. Und diese Klasse, die löst eine normale Bitmap quasi einfach in ein ByteArray auf. Und ja, dieses ByteArray kann man über diese Klasse dann ganz einfach manipulieren. Und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie man eine normale Bitmap manipulieren würde. Man hat hier also auch GetPixel-Methoden und SetPixel-Methoden. Und damit kann man dann eben diese FastBitmap manipulieren, auf dieselbe Art und Weise wie eine normale Bitmap. Und ja, der Unterschied ist halt, dass das Ganze dann eben schneller ist. Und um zu testen, ob diese FastBitmap-Klasse jetzt auch wirklich schneller ist als die normale Bitmap-Klasse, habe ich mir hier ein kleines Beispiel gebaut, in welchem ich ein Bild reinlade in mein Programm. Und zwar das Beispielbild. Und ja, was ich dann mache, ist, ich habe hier eine Grayscale-Fast-Methode. Die nimmt eine FastBitmap an. Und da wird die Bitmap dann quasi in ein Grayscale-Image, also in ein Graustufenbild umgewandelt. Und ich habe noch eine Methode, die heißt Grayscale-Slow. Und die nimmt eine normale Bitmap an. Und dann wird hier eben das Bild, das Normale, in ein Graustufenbild umgewandelt. Die machen also beide dasselbe, diese Methoden. Aber was hier passiert ist, es wird auch ausgegeben, wie lange jeweils diese verschiedenen Methoden gebraucht haben. Und hier habe ich gemessen, die FastBitmap-Methode hat 136 Millisekunden gebraucht. Und die SlowBitmap-Methode, also die normale Bitmap, die hat ungefähr das Zehnfache an Zeit gebraucht. Das heißt, ich konnte hier gut messen, dass meine FastBitmap schneller ist als die SlowBitmap. Und ja, wie habe ich das Ganze jetzt gemacht? Im Grunde ist das ganz einfach. Und zwar gibt es eine Klasse namens Stopwatch. Und diese Klasse befindet sich im Namespace System.Diagnostics. Den muss man also einbinden per Using-Direktive, wenn man diese Klasse nutzen möchte. Und um jetzt eine Stopwatch im Code zu erstellen, geht man einfach an die Stelle, wo man sie gerne hätte. Wir haben hier jetzt also die Grayscale-Fast-Methode. Da erstelle ich einfach eine neue Stopwatch, indem ich sage, okay, neue Variable vom Typ Stopwatch, ich nenne sie SW, ist gleich NeoStopwatch. Und über dieses Objekt kann man dann einfach die Startmethode aufrufen. Und damit wird der Timer für die Stopwatch gestartet. Dann kann man irgendwelche Operationen eben durchführen, die eine gewisse Zeit brauchen. Und nachdem man diese Operationen durchgeführt hat, kann man einfach über das Stopwatch-Objekt die Stopp-Methode aufrufen. Und dann wird der Timer wieder gestoppt. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann sich einfach über Elapsed Milliseconds die Anzahl an Millisekunden zurückgeben lassen, die dieses Stopwatch gezählt hat. Und somit kann man eben hier ganz einfach die Zeit messen, die eine bestimmte Operation im Code gebraucht hat. Es gibt hier nicht nur Elapsed Milliseconds. Wenn wir hier mal das Ganze weglöschen und SW Punkt schreiben, dann gibt es hier auch zum Beispiel noch Elapsed. Das gibt die gesamte verstrichene Zeit zurück. Das ist ein Timespan-Objekt, das hier zurückgegeben wird. Es gibt Elapsed Milliseconds, das habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Das ist einfach ein Wert vom Typ Long, der die Millisekunden, die verstrichenen, beinhaltet. Dann gibt es noch Ticks, das gibt auch einen Long-Wert zurück, nur dass der eben die Ticks zurückgibt. Und ja, dann gibt es hier noch viele weitere verschiedene Methoden und Eigenschaften, die wir nutzen können. Zum Beispiel kann man mit Is Running überprüfen, ob diese Stopwatch gerade zählt. Mit Reset kann man die Stopwatch zurücksetzen. Mit Restart kann man die Stopwatch ganz einfach nochmal beenden und dann einfach neu starten, die Zeitmessung. Und ja, das ist im Grunde die Stopwatch-Klasse. Und damit kann man dann ganz einfach und effektiv die Zeit messen, die es benötigt hat, um bestimmte Operationen im Code durchzuführen. Und gerade wenn ihr Optimierungsarbeiten betreibt und testen möchtet, ob eure Optimierungsmaßnahmen auch wirksam sind, gerade dann ist diese Klasse wirklich Gold wert. Das heißt, das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, denn das ist wirklich sehr, sehr nützlich. Und in diesem Sinne war es das dann auch eigentlich schon mit diesem Video. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass sich in der Videobeschreibung ein Link zu unserem C-Sharp Programmieren Masterkurs befindet. Der C-Sharp Programmieren Masterkurs ist ein umfangreicher Videokurs mit über 19 Stunden Videomaterial, in welchem du von mir alles lernst, was du wissen musst, um mit der Programmiersprache C-Sharp deine ersten eigenen Anwendungen zu schreiben. Der Kurs geht von den Einsteigerthemen bis hin zu den fortgeschrittenen Themen. Es gibt einen strikten roten Faden. Zu den Modulen gibt es Übungsaufgaben mit Musterlösungen. Es gibt PDF-Zusammenfassungen in Textform, sodass man das Gelernte auch nochmal in Textform wiederholen kann. Und allgemein ist dieser Kurs genau das Richtige für dich, wenn du einen schnellen und einfachen Einstieg in die Programmiersprache C-Sharp haben möchtest. Falls dich das interessiert, dann schau jetzt in die Videobeschreibung, denn da befindet sich ein Link zu diesem Videokurs. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen regelmäßig neue Videos wie dieses hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.